Halli-Hallo Hallöle Wanda ist wieder da Nein das ist so dumm Halli-Hallo Hallölele Wanda ist wieder da Wanda ist wieder da Schlicht Ohla was ist Alter die 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 Stadt mit den Fähigkeiten Ach ne das war doch keine Frage Das war ne normale Sturmgewehr Scheiße Da ist einer Und der Sniper ist tot Und gefinisht Und der Danke geil alter na ja er sieht mich im Busch er sieht mich im Busch, ist klar so, jetzt wird erstmal ein Snap gemacht in jedem Snap screenshotte ich dann und schickte ich dir mach ich doch irgendwie so ab ja, ich gewinnt was gemacht, so, jetzt schickte ich NEIN so, an den und den schickte ich und an Arthur wird es verschickt hast du dir schon dein PC fertiggestellt? ja, fertiggestellt fertiggestellt hab ich schon, aber nur nicht gekauft was ist das, das sieht bisschen prävers aus jetzt hab ich die richtige das war die falsche Pizza die ich gerade fotografiert habe ah, schau mal, jetzt hab ich die richtige davon schickte ich dir jetzt auch noch ein Bild aber nur dir bei Snapchat brauch ich das jetzt nicht extra nochmal kann ich jetzt bitte kann Fortnite jetzt mal das Licht wieder hell machen boah ja, so sieht man nichts Fortnite, Licht hell bitte ey, selbst der hat den Tanz und macht den jetzt gerade ziemlich verarscht nee, Arthur, bin ich, ich, nee hab keinen Bock mehr auf Fortnite wenn wir jetzt selbst die randoms diesen Tanz machen ah ja, jetzt hallo, Wettel naja, ist dunkel, aber besser das ist das ist Cheeseburger Pizza von Dominos aha, ok hast du dir gleich zwei Pizzas gegönnt, ja? nein die eine war, die erste hab ich falsch äh, hab ich, äh hat man mir falsch gegeben die erste war nicht meine die erste war nicht meine ach so hallo, mein einer Zuschauer hier, du sollst mal ein bisschen, äh Cheeseburger Pizza abgeben was soll ich? Cheeseburger Pizza abgeben wer sagt das? mein Chat und wer ist das? Sling Sally wo wurde markiert, ich sehe nichts mh, ist klar ja auch nicht mh äh, äh, äh und die hier in der Nähe auch, oder wie? ja, kann man so sagen ja, tut mir leid, dass ich nicht sehe, wer zuschaut, ich sehe nur eine Person, aber wer von dieser einen Person das ist, keine Ahnung äh ja, dass du am Arsch der Welt bist, das ist mir auch klar ja, geil, keine Kisten hier, hm mh jetzt ist mein Streamer jetzt ist mein Streamer jetzt hat sich mein Streamer aufgehängt also mein Spiel, dass er gesagt hat jetzt kann oh, das macht so gar keinen Spaß, ne ja, gönn dir schön lecker essen bei Ome heute gab es mir Bock mit Tomaten, Mozzarella, Salat ich bin tot ich auch wie hast du das geschafft? ich bin da gegangen, wo ein Gegner war ohne Waffe ich dachte ich bekomme eine Waffe vor ihm also bei mir ist einfach nur im Spiel stehen geliebt your kitty cat was she No Die oder die, wie heißt er? Die wird... Boah geil, Alter! Ja, weil die bestimmt irgendwelche versaute Inhalte haben. Keine Ahnung. Wer? Ey, manche Nachrichten werden gar nicht gesendet. Ja, weil dann vielleicht sexuell oder keine Ahnung, Beleidigungen drin sind. Oder ein Smiley. Wenn Smiley drin ist, wird's auch manchmal nicht gesendet. Nur bestimmten Smiley wird's gesendet. Und da hast du deine Antwort. Die hat fast jede Nachricht mit Smiley geschickt. Bei bestimmten nur. Ja. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down? Nein. Da stand geil drin. Ja, das wird auch nicht gezeigt. Dann müsste sie G, A, Punkt und dann weiter schreiben. Seit wann schreibt man geil mit A? Äh, G, E. Boah, Alter. G, E, E? Dann Punkt... G, Punkt, Eil. Nein. G, E, Punkt, E, L. G, E, Punkt, E, Punkt, E, Punkt, E. Franzi? Franzi fahren? ich mache heute nicht so lange also nicht mal eine stunde ich dachte es gab ein essen bei euch für kinder garten und schule die weg von mir doch mit das scheiße hier ich kann nicht in ruhe meine pizza essen ich mache die gegner nicht mann die doch mal hängen Scheiße. Ja, gab schön Tomaten-Mozarella bei mir heute. Mit bisschen Olivenöl und bisschen so Tomaten-Mozarella-Gewürz. Also ganz entspannt, ganz lecker, war ganz geil. Ja, Mann, und Bockwurst. Schön gekocht. Du brauchst mich ja schießen, ich hab eh nur noch 8 Haken. Lass mich krabbeln. Wir müssen eine Runde richtig gut spielen wie der Arthorn. Ja, soll ich Fortnite-Klinge halten? Spricht nach, sprich nach einer Pizza, ein Pizza-Stück. Und die Fortnite-Klinge ist ganz allein. Tja, du bist auch nicht mein Kind, ne? Ja, Pump-Schuss ist auch so wichtig, ey. Boah. Was ist wichtig? Pump-Schuss. Sammel doch meine Karte auf, du! Ja, genau die. Egal. Wenn du Sniper nicht einsam bist, verlasse ich sowieso. So, tschuss. Nein, spiel, spiel, spiel! Er hat sowieso noch Pizza. Ja, ich spiele nicht, also, ich gucke dir nur zu. Ja, und er wollte ich noch mal gleich wieder. Ja, der stirbt. So lost wie er rumläuft. Äh, meine Bombe werden nicht verlassen. Oh, 30 HP. Oh, scheiße. Ich sag doch, der ist ja mega lost. Das war klar. Lost wie alles, lost. Ich sag doch, der ist ja mega lost. Ich weiß, ich kann auch süß und lecker kochen. Das ist gar kein Problem, aber, nö, kein Bock. Meckles geht auch. Das ist gar nicht so. Ruh-ruh-ruh-ruh-ruh, ruh-ruh-ruh-ruh. ... ... ... ... ... Ja, das Auge ist ja mit. Ich hab sowas. Dann trinkt was. Lass mal ein Fortnite-Ton einladen. Der ist nicht da. Scheiße. Wir brauchen noch einen epischen. Der will also wieder sterben gehen. Nee, ist nicht da. Ich hab nur Fortnite-Girl als Freund. Und Fortnite-Girl hab ich nicht als Freund. Hä, warum nicht? Weil ich kein Fortnite-Girl als Freund habe? Äh, Gamer-Girl nicht. Wie hast du sie genannt? Die Lara. Heißt sie auch wirklich so? Ja, ja. Ach so, und ich schrei dachte mir so, ey, mit wem zockst du jetzt? Schreibt sie, ich zock mit bla bla bla. Wer ist das? Wer ist das? Ich kenn ihn nicht. Wer ist das? Ich kenn ihn nicht. Und ich habe ihn nicht. Ja. Der ist nicht weg. Und wie war das? Eine gute Runde? Naja, haben wir noch Zeit. Hast du überhaupt noch gute Teammate? Ich hab keine Ahnung. Der ist ja noch hinter Catty Corner bei der Dixer Station. Okay, tschüss. Artoine. Neufel Slide, Neufel O, Franken Slide. So, wir haben Platz für einen neuen Zuschauer. Warum? Der alte ist gegangen. Scheiße. Neufel Zins. Neufel Zins. Ich hab keine Ahnung. Wenn du in 4,4 1 Sekunden ein Abo da lässt, bekommst du einen Super Aim. Du musst eh dich? Oh ne, jetzt sind wir ja live ne? Scheiße. Was geht? Honda am Start. Ach, sind wir schon live? Arthur? Ja? Hast du gerade nur einen Zuschauer bekommen? Nein. Warum sagst du dann, weil es geht Honda am Start? Weil war nur so. Ich habe keinen Bock auf Sport morgen halt. So, ich habe auch keinen Bock auf Sport morgen krangern. Ja? Ich bin morgen so krank, ne? Ich bin morgen auf vier, aber nicht online. Ja und? Hast du mich morgen krank? Nee, kannst du schon gehen. Nee. Du musst mir schreiben, ob Lili da ist. Und dann? Dann komme ich dich abholen. Wenn sie da ist. Ja. Wenn sie nicht da ist, nicht. Genau. Boah, es hat sich dann voll gewonnen zur Schule zu gehen. Wann hast du überhaupt Schusschluss? Äh, 13 Uhr 15. Ja, das geht. Kann auch ein bisschen früher sein. So fünf bis zehn Minuten früher. Kommt drauf an, welche Lehrerin ich in der letzten Stunde habe. Yo, hallo, hallo, hallo. Was geht? Zum fünften Mal heute oder so? Ach so, ach so. Was hab ich nie gemacht? Ach so, ach so. Was hab ich nie gemacht? Oh, ey, Nacket. Meine Playstation hört sich schon wieder an wie so ein Dyschenjet. Das ist normal. Das soll bei der Playstation 5 besser sein. Ach so, die hört sich gleich an wie ein Helikopter, der über deinen Kopf fliegt, ja? Nee, nee, die hört sich gleich an wie eine Atombombe. Nein, ich meine, das soll besser sein, dass das nicht mehr so anhört. Ey, das ist aber nur bei Fortnite, ne? Sonst war gar kein Spiel. Bei mir ist es nur bei Fortnite und Rainbow. GTA ist es nicht. Obwohl ich GTA gar nicht mehr spiele. Eigentlich spiele ich auch kein Rainbow mehr. Ja. Was ist heute jetzt eigentlich mein Cousin? Warum schreibt er mir Moin und so und... Was geht, Leute? Seid ihr mit mir dann? Wo bin ich da? Auf jeden Fall nicht? Was ist heute also mit meinem Ego? Dass das ein Nicht-Ego bester T-T dread. Ja, weil ich glaube, ich werde damit nicht vertreiben. Kanteraal. Ich bin ja schon. Wie viele. Das ist einmal. Der Leifel, O, Leifel, Artur. Hm? Selbst der Blaue von uns, der mit dem blauen Ding zusammen hat, hat diesen Tanz gemacht. Tja, was soll ich jetzt machen? Langsam fühle ich mich echt verarscht von euch. Also von denen. Ich hab den leider nicht. Oh, nee, Mann, warum? Warum machen die das da immerhin, wo Holz ist? Und verstecken das auch noch so, Tricks vor, Trick Epic Games. Nein, das ist lange nicht mal lustig. Wenn die das immer so verstecken und ich einfach nur schlage und der dann direkt da ist. Nee, nee, ich hab keinen Bock mehr Auto. Nein, ich geh auch. Ja, erzähl ich mich doch so inkompetentes Etwas. Warum machst du auch sowas? Ja, wenn ich Holz brauche und die immer verstecken, die sind ja die Dinge. Die stehen immer an den gleichen Stellen, immer. Ja, und bin ich hier schon mal gelandet? Ja, sind wir schon. Du bist auch schon bestimmt schon 15.000 Mal gestorben. Ja, merke ich mir die Stellen. Ja, solltest du vielleicht mal anfangen. Nee, ich hab jetzt schon wieder vergessen, wo die erste Stelle war. Ja, kein Schuss trifft angeblich. Ja, gib ihn. Okay, ihr habt Spaß, wie sich das anbaut. Er klappt mir meinen ganzen Loot. Ohrenloot. Im Friends wurde seit einer wieder gut. Ey, Pops, was war das hier? Kein Schuss hat connected. Warum läufst du auch so weit weg von uns? Gar keiner. Gar nichts. Sagst nicht Bescheid. Gar nichts hat connected. Nix. Ja, das ist Karma, weil du nicht Bescheid sagst. Aber ich glaube, wenn du gleich offline gehst, dann zocke ich noch eine Runde. Zocke ich eine Runde, äh, Parcours. Normaler Anfänger, also Nosekin Parcours heißt der. Für Nosekin. Hm. Hab ich gerade, hab ich gerade auch Thinkstar gesehen. Er ist vor 20 Minuten offline gegangen. Wer? Fortnite Key. Hast du ihn auch bei Playstation als Kumpel oder wie? Nein, der hat doch keine Playstation. Der spielt auf Playstation. Nein. Aber er hat, der spielt Controller. Porto, äh, Gamer Girl. Doch, der spielt doch Playstation. Sag ich doch, Gamer Girl, du Gamer Girl spielt auf PC. Ey, wieso kann er dann so gut bauen, Alter? Es gibt eine bestimmte Einstellung auf Playstation, aber ich weiß nicht, wie die ist. Die kann man googlen. Oder halt auf TikTok wollen, wie auch oft gezeigt. Hm, okay. Dann kannst du so, Gucker, guck mir mal zu. Dann machst du so, machst du so, dann... Dann bist du dann, in, bist du dann oben in Timbuktu. Ja, ha, trifft doch jeden Schuss, du Blödmann. ich habe eine starke im bootzimmer das ist geil wenn die Waffe nicht nachschlagen ich habe wirklich keine Schiebung in meinem Wohnzimmer sonst ist niemand hier aber nichts und ein Hund und vielleicht ein Siederklebs oder sowas warte du bist auch tot ja komm mit mir im Club Spinnen ja Spinnen sind geil ich mag Spinnen finde ich gut Spenden Spinnen 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 wahrscheinlich Spenden ja kannst du aber Spenden wenn du möchtest hast du noch nicht mal Superchat oder so Superchat kriegst du glaube ich jetzt ab 1000 weil ab 1000 könntest du auch YouTube Partner werden also sprich gelten damit bei dir wer hat denn so lange eine Weile gehabt und wie viele Praxis nebeneinander geparkt die Spinner vielleicht auch 3 Stücke wollen wir nehmen ja kann auch sein Geiler Spieler Geiler Spieler da kann sich hier die und die die ja haben bald die 100 ich ja Ja Gute Nacht Ja Warte mal Wow Das ich nackig dahin gehe, war mir klar nicht Muss aufs Klo Ja, ich muss aufs Klo Und du sagst Gute Nacht Ah Zell 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 Mitt Zell Zell Mывает Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe einen Lami gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ey, von wo kommt die alle her, Mann? Oh, ey, ich weiß hier nicht, ist mir auch egal. Oh, wo bin ich denn gelandet? Gab's da APK-Gelder? Ne, schade. Ich schaff' dich noch, Arthur. Ne, wenn du tunst, wenn du tunst, guck den. Ja, jetzt schaff' ich's doch nicht, wenn mein Controller leer ist. Ich hab' extra vorm Spiel getauscht. Ich hab' ja noch einen. Ja, ich nicht, ich hab' zwei. Ich schaff' das. Einmal ein Camouflage und einmal mein weißen. Ja, mein Camouflage, den kann ich auch spielen, aber... Da, der hat ein bisschen Macke, der bleibt einmal ganz kurz für drei Sekunden stehen, immer, wenn ich laufe. Muss ich mal langsam gehen und das nervt. Ne, 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 tanzt mit mir, wenn du tanzt mit mir. Ich guck' mir grad schon wieder das TikTok an. Ja, okay. Ich find' das faszinierend. Schaff's denn nicht? Schaff' ich auch nicht, aber knapp. Diesmal war's wirklich knapp. Das sind noch... 160 Meter gewesen. Nein, das waren 155. Boah, Alter. Ja, ganz genau, nehm. So, Alter. Oh, hey. Hallo! Tschüss, 20iger Hitgegib. Ey, das bockt doch nicht mehr, Arthur. Das bockt nicht mehr. Nee, ich... Schaff's dir gar nicht aus. Ich hab' doch noch meinen guten Controller-Ding nicht genommen. Ja, ist das nicht, aber... ...krieg' ich Ärger und Internet wird aus, immer. Also, denk mal, bin ich hier... Sind die Playstation-Network-Dinger eh grade kacke. Na, wenn die Runde wieder so scheiße ist, dann mach ich aus. Ich hab' gesagt, wenn die Runde wieder so scheiße wird, dann mach ich aus. Ich muss... Ich wollte... Ich spiel' noch das Parcours. Das Anfängerparcours. Und du sollst eine Aggressions-Bewältigung machen. Wer sagt das? Sling Sally. Ach, das ist nur in Fortnite so. Arthur. Hm? Das ist nur in Fortnite so. Einfach Fortnite-Blöschen. Dann brauch ich keine Aggression-Scheiße da machen. Das glaubst du dir ganz sicher nicht. Ja, ich höre so. Fortnite löschen. Und FIFA löschen. Und das löschen, und das löschen. Nee, nur Fortnite und FIFA. Obwohl, ich hab' schon gelöscht. Fortnite. Ich hab' schon gelöscht. Bocken. Oha, FIFA. Warum? Hey, Simon. Ja? Langsam muss ich dir, glaub ich, auch mein Account geben, dass du selber den Stück lesen kannst. Wen? dir warum warum bist du äh du gibst mir deinen account gebe ich dir einen account was bringt das ein wenig haben wir beide unsere gegenwärtigen account aber nur auf dem account ist da gibt es ja nix außer außer das was du mitmachst was für ein account meint du denn mein youtube-kanal und warum soll ich den hinter dir aufgeben ich meine warum damit du den chat selber lesen kannst aber mir ist noch eingefallen du kannst selber rein gehen und gucken könnte ich wenn gerade nicht dieser rp streamer was für streamer der spiel also rollenspiel in gta wieder kein mensch pro glühwürmchen kein mensch pro glühwürmchen das war jetzt von g n j n g jetzt kommen wir jetzt frisst er auch meine äpfel ich glaub es nicht hier hier wieder Oh! auch nur muss ich extra nach hause fahren den hund dann holen und so bockt ja gar nicht also muss ich jetzt extra morgen zur schule für dich um zu sagen ob lili in der schule genau und wenn sie da ist dann komme ich abholen ist nicht da dann was ich gehabt und darf ich nicht im unterricht mit meinem handy sein das wird einfach was hier denn kann ich nicht schreiben egal ich schaffe trotzdem mit ihrem unterricht hinter der federtasche regelt nein hey der hat doch ich mag den nicht hey der läuft kein ganzes teil kein ganzes teil kein ganzes teil du hast du dir an dass du keine copyright für dich hast ja sonst hätte ich dir den kanal gefragt mein tank ist aber leer ja alter wie weit ist denn die zone hey hallo ich werde weiterhören was opa die ich habe einen Stock mit so weiterhoben Nääää, ob man nicht NEIN! Och, Gott Ich bin auf dem Baum gelandet Untertitelung des ZDF, 2020 Menschen sind Beste Huch, hier sind Gegner Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da hinten ist der Da ist richtig, guckst du, Bruder Was? Der teammate Ja, wo ist der? Ja, irgendwo da hinten Richtung Süden Ja, wir sind hier alle vier zusammen Ja, der teammate, also der Gegner Der mate von denen, die gerade die drei Wege gekehlt haben Also Der war irgendwo Richtung Süden hier hinten Erstmal Auto tanken, damit man damit weiterfahren kann Opa ging im Stock Oh, ich muss Seilutsche fahren, da ist einer Ja, ich muss Seilutsche fahren Oh, ich muss hier weg Hier oben sind Gegner Hier oben sind Gegner Schön, dass ihr alleine fährt Ja, oder? Ja Ich hab gedacht, er soll warten Ansonsten versuche ich ihn zu weit zu bringen Ja Allah, verpfitt dich Das ist doch nicht Karma Ja, was war ich dafür? Ich dachte, er nimmt euch mit Ja, was war ich dafür? Genau, der guckt einmal hinter der Oh, Vorderking ist da Waren wir locker? Nein, er hat mich eingeladen Auf dem epischen Weg Auf dem epischen Weg So vorbeitreten Tschüss Ich lade dich ein, ja? Ja Ah ja Ja, ja Ja, ja, heißt LMA Leck mich am Arsch Das hast du jetzt gesagt Ja Ja Hallo 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 Moin Hallo Ja Ihr müsst euch ja Tee nehmen, ne? Also wenn ich jetzt Irgendwas relativ Soll ich mal frei mich baue? Willst du noch frei mich baue? Nein, ich hab das schon oft gesehen wie du baust Das find ich so lustig, ne? Äh 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 Sniper, warte mal Ah, der ist ja perfekt hintergekommen Ist der so? Sniper? Hallo Guck mal. Ja, guck mal. Das kann ich doch gerne haben oder nicht? Dezent. Was ist überhaupt für ein Skin den du hast? Der ist ja nicht. Ist das bei deinem Shop drin oder? Ja, da war ich im alten Shop. Auch der ist gemein, auch im alten Shop einmal. Aber der kommt nie wieder. Ah ja, ich nicht. Ich weiß, hier wird ein Koffer, der wird nicht. Ich hab auch... Der hat doch selbst Stalanskill nicht, oder? Nein, der hat er auch nicht. Den hab ich auch. Stalanskill hat Stalanskill auch nicht. Das war ein ganz geiles Paket. Diesen 10 Paket war ganz geil. Den hab ich noch mal. Den hab ich nicht. Ey, warte mal. Normaler Kid, ne? Hier ist der normale Karkenskin. Der Karkenskin von mich gestellt. Ja! Häh! Ah! Jörg! Ich bin kein Expart. Ja, auch ohne Helm. Oh, boh, hab ich nicht, der ist so selten, den hab ich leider nicht. Ich weiß. Ich hab auch Fußballskill. Hab ich aber nur einen gemeldet. German. Und, ich hab noch einen irgendwie gelockt hier. Guck, ich bin ein Hacker, guck. Oh, ne. Hä? Ja, hast du ohne Kapuze gemacht. Ich bin ein Hacker. Hä, du kannst das auch ohne Kapuze machen. Ich bin ein Hacker. Ich bin ein weiche Hacker. Du bist am Dien, das hast du leider nicht. Mh, mh. Das. Ihr habt aber, ihr habt alle, die für mich. Zeig. Oh, Junge, weil es fett ist, können wir ja nicht haben. So, was hab ich für einen Skin, den ihr nicht habt? Hab ich. Welchen? Ich sag immer nur hab ich. Nee. Nein, den mein ich nicht. Nein, den mein ich nicht. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Da war ich gestär, ich konnte es mir kaufen, ich war aber nicht da. Hab ich. Ich hab alles, ich hab mir gekauft, Arthur. Ich hab mir nur, ich hab eigentlich nur Bonus-Skins. Ich hab nur Bonus-Skins eigentlich. Ich hab nur Bonus-Skins eigentlich. Ich hab nur Bonus-Skins, wo ich auch gut spielen kann. Ich hab jeden Skin in Arthur auch, weil ich hab Arthur's Account-Gag, ich hab nicht hierüber teleportiert. Ich hab meine einzigen Fetten-Skins sind das hier. Das hier, nein, da ist ne Fett. Ähm, der ist fett. Ähm, und der ist fett. Ähm, und der ist schon bisschen. Und der. Sonst hab ich eigentlich keinen, die bis zum Fett sind. Also nicht die sonderschönen Fett sind. Den hat keiner von euch. Diese fett ist so gut. Maske meine, ihr habt gar nicht mehr, denn nicht mehr. Ich hab nur fast Blut-Skins. Der ist so gut. Der ist so gut. Der ist so gut. Der ist so gut. Wo ist der Nächste? Wo ist der so gut, wo ist der so gut im Jahr? Den, den ich jetzt habe, hab ich geschenkt bekommen. Der ist so gut. Ähm. Wo war der? noch mal vom Orne angucken hast du einen Zuckerberg in Gold? ich hab keine Ahnung mehr wo der ist ich hab noch ein Zentina in Gold ja, und noch ein Zentina nach dem Tag hab ich auch voll Gold ich hab alle voll Gold bis auf die Banane die hab ich nur halb schau mal auf an Bruder ich hab noch ein Schall auf und das ich steck ihn da der ist in der Scheiße will keiner Sniper ist noch so weit, Willis ja, warte, ich muss noch was was war guck mal, guck mal, geh mal in die Lobby, geh mal in die Lobby ne armless armless ich hätte noch was war machen ja, komm mal gleich, mach dich bereit oh, ich hab bereit gemacht und guck jetzt weiter wo ich denke an wie macht dich los in dieieri mit deinem glück glück von gross glück 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 Warum bin ich so müde, Mensch? Keine Ahnung, Mann. Ich muss doch so viel machen, Mann. Ich hab keinen Bock auf Schule, Mann. Kennst du das, wenn du einfach mal keinen Bock hast? Du bleibst doch zu Hause. Ja, ich brauch Unterschrift. Brauchst Unterschrift. Damit ich zu Hause bleiben kann. Fragst du deiner Mutter. Die lässt mich auch noch zu Hause. Meine Mutter ist Ehren. Mein Vater auch. Mein Vater, ne? Der sagt so, ne? So, ich komm zu einem auf Bekanen, Digga. Ich komm zu mir nicht in meinen Kopf, ne? Ich schreib zu dir bei vier Tests, ne? Ich hab Blocker und in drei Wochen von über fünfze Tests zu beschrieben. Überall hab ich nur 102. Ich hab so keine drei. Die drei hab ich noch nicht. Ja. Fünf. Motto, Motto, äh, neue Hausart. Von? Mir egal. Wie egal. Wie egal. Nä, die g... Der ist schon schmerzt. Wir gehen nach Afghanistan. Wir gehen nach. Nach Softe, oder? Ja. Das ist ja wieder zurück, ey. Bis ich da ankomme ist alles schon weggelootet. Warte mal, ich guck, ob hier mein Lama ist. Das ist Herr Lama. Das ist Herr Lama. Irgendwann Herr Lama, ich geh mit dem Regen. Scheiße, mal auf ihn. Was ist das, Schwester? Weg von ihm, mach kein Auge. Mach kein Auge, jetzt noch hingehen. Warte, ich tötete, ja. Besucht ihn doch. Halt ihn mal, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Antwort! Da ist Kino, ne? Ich hole ihn ganz kurz, weil er keine Waffen hat. Gott, Gott. Hast du, hast du, ich hole ihn dir. Da. Leben gerätet, Arsch, schreitet, Arsch, schreit nicht für Spaß. Ich hab jetzt richtig viel mit, ne? Aber, da waren noch richtig Steine, ähm, Steine, kannst du denn? Glaub ich schon. Ich brauche ja immer noch zwei Kästen. Ich bin noch nicht zu der Luft. Ja, hier. Ey, Ato, ähm, ähm, äh, also in Hona. In das, in das, in das. In das, in das, in das. Ach so, das brauchst du gar nicht mehr. Ja, aber nicht. Da, 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 da. In das. In das, in das. Und da. Da sind die noch. Wo? Und die Tür. Ich habe... Ich brauche ja nur noch eine Kiste, äh. Ja. auf dem haus fliegen komm wir kehren noch oh man hab ich gar nicht nein 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 noch eine Echse ah so selten und dämlich ah die nach, wenn man gewinnt oh mein Gott, die sind nicht weg Da war auch noch einer Das sind die blauen Liga, aber es sind viele Leute Es sind vier Leute Überleben Liga, 100 Ich kann ja nichts überleben Ich mach ihn, Alter Holy shit Ich hole euch noch leicht Viel Leute wohnen Ich hoffe, ich bin tot Aber jetzt bin ich tot, Alter Ich bin null eingelärmt noch, ne? Ich muss tot, Alter Ich muss tot, Alter Das kann ich nicht mehr machen Ganz leerer Spock, Alter Ich muss tot, Alter Ich muss tot, Alter Nein, nein Was ist das hier? Oh, Mann, ich bin jetzt nicht mehr von mir. Mann, Mann, Mann! Das war's, ich bin nicht mehr. 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 Hallô. Kalos. Hey, Junge, Junge, das war ein Tiererskurs, was ich für sabermache. Vier kills. Verdammt, ich hatte diese Nachhalts mit Blünenpant. Ich nehme mal üben, butterflies kleine androcks. Das kann ich Actionepunkter von hier zu spiel. Aber da kann ich nichts von machen. Aber nur ein 127er mit dem Wompom-Pferd, das wären zwei andere Tüs. Irrman! Wir sind Irrman! Aber was geht's mit Irrman? Guck mal! Halt auf dich! Da Irrman, da Irrman, da Irrman! Hatt den Kanz, Hatt den Kanz, Hatt den Kanz! Maschallah, Bruder, kannst du nicht! Und wer hat hier oben markiert? Wer war das? Hallo? Sniper! 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 Ah, Jungs! Fuck! Kampf! Kampf! Sie müssen irgendwelche Boots zerstören, sieben Stück! Au! Boote! Krampf! Fuck! Junge! Ewiger! Ah! Junge! Ich hab mir noch heute schon was genommen, was nicht da... Digger, bin ich schon älter in 70 oder was? Ah, Junge! Komm, ich krieg'n Krampfen... ...und die Füße leer sitzt da... Oh, komm! Ich hab' mir noch... ...und die ganzen Dinger die Graupampfen, die wir immer brauchen, die Graupampfen! Und wo sind jetzt hier Bots? Boote mit Bots! Ja, alle rein hier! Rein hier! Bei mir ist der Bus! Was? Ach, Boote! Und warum? Was muss ich jetzt zerstören? Boote! Was klappt denn, Boote, Digger? Nein, keine Boote, ne? Doch! Nein! Geh' nicht, genau! Boote! Bei mir! Ja, aber bei mir ist der Bus! Der Bus ist bei mir! Du bist alleine da gelandet! Ach so, ich hab' nicht bei dir! Zwei... Samoin! Ich dachte, ich steh' gleich mit mir! Ich hol' dich gleich! Boote, ich bin über die Egalgönnchen von ihrem Fährfreundlich! Will zuschauen! 大 P cours im Aufmerksam! ��gef Unruhe Dan ber meetings wheels entwär ended nichts Es gibt die Schlagst mo гол Aus 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 Und da schaffst du dich ein Zehner, oh Georg. Ey, jetzt, 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 dieser, jetzt, dieser Geld über uns, dieser Wellendem-Taktik, den kann man nicht haben will. Man hat ihn gerade gemacht. Ich glaube, ich überleg's mir noch, um Arthur holt ihn nicht wieder. Er ist böse zu mir. Ey, ich krieg's ein Zehner, hat er gesagt. Egal, du kriegst einen Zwangi. Ja, siehst du. Du kriegst einen Elfer. Arthur, ich biete dir ein Euro mehr. Ein Euro. Okay, Arthur, hast du Pech, ich hätte dir ein Euro mehr geboten. Pech. Ey, wenn wir einen Blöden holen, dann kaufe ich hier auch die Güter an. Oder kaufe ich hier noch anderes. Ah ja, der ist wirklich schön tief auf die Güter. Ja, das ist ein Sturm. Wo seid ihr denn? Äh, okay. Können wir noch hier helfen, weil die Ruhnen, aber ich glaube, bei denen ist es mehr los als bei euch. Ich weiß nicht. Das ist der Typ, der nicht geholt hat. Dr. Fick hat mich gekickt. Ich glaube, wir wollen aber auch ein bisschen Hilfe, ne? Also... in meinen Penis rolle schwingen, gibt die Präsenz. Ja, wie drei Leute, keine Chance, Alter. Okay, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht mehr runter. Ich will nicht mehr runter. Wir erklären das. Äh, unser Team muss nicht schon was geben. Entschuldigung. So. und auch von der ich komme ich habe auch nur eine Waffe, ich bin tot eigentlich nicht ich habe keine Metz, ich habe gar nichts, ich bin tot, ja, wo der Zoll nun war ja, tat alles, ich habe gar nichts ich habe keine Metz mehr, die hat hier in den Gesicht das ist ein Mist, ja, Gott, ich bin tot, ich bin tot ja, dann Zuneck, wo ist der? Zuneck holen, sonst kriegt sein Oma Kommen, holen, Zuneck mach mich stolz, Zuneck mach mich stolz, mach mich stolz Zuneck mach mich stolz, Digga mach mich aber stolz Zuneck mach mich stolz, holen, holen mach mich stolz Ich bin schon seit fast 2 Stunden online. Wirklich? Ja. Live. Ich war so offline. Kurz vor 8 bin ich online gekommen. Und seit 1 Stunde und 11 Minuten läuft schon mein Stream. Wie viele Tycho hast du? Ein. Wen? Was? Wen? 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 Wen ich kenne. Hä? Den Zuschauer den kenne ich persönlich. Ach so. Ein Schnapper. Ne, er ist es nicht. Aber er kennt mich auch persönlich. Leider. Ja. Ach du redest nicht mit mir. Wieso? Leider. Ach es gehört scheiße. Nein. Ach du redest nicht mit mir. Tschüss auch. Wie hat gerade einer Wurm gemacht? Wenn wir so ein Teamwork hätten, dann würde ich froh sein. Was bekommen wir? Nein, wir bekommen solche Bots, die von der Ecke kommen. Simon. Nein. Wir können alle hier ein bisschen wohnen, Digga. Wir waren natürlich auch alleine. Was bekommen wir? So welche Teammates, die von der Ecke kommen, Digga. Wie kann er das raus? Simon. Bei mir heißt es auch Simon und der macht nur eine Quatsch. Das ist lieber Kasper. Simon. Simon. Es gibt auch einen in meiner Schule, da ist Simone. Simon. Was? Nicht böse sein. Jaja, leider, ne? Jaja. Jaja, das sind die richtigen. Verstehst du auch gar keinen Spaß, ne? Jaja. 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 Oh, ich habe keine Kiste! Ja. Aufgabe fertig. Wenn ist Gena, ich habe auch keine Aufgabe gemacht. Ich hab die Kitte geklaut. Verr Isaac, Lena. Du heißt eine Ener? Hallo? Da, du. Nee. Von einigkeit habe ich die Kiste geklaut, wer war das? Ich hab gerade Angst, das von Rigenkommen, Digga. Ich hab gesagt, dass ihr von der Ecke kommt, Digga. Ich hab Moni. Ich hab einen geholt. 有 weis noch einer. Oh, ich bin richtig. Oh, ich bin richtig. Du bist die Max. Bei mir ist die Max. Heute, ich brauche Hilfe. Hier ist die Maschine. Kapaz. So, jetzt bin ich für mich. Ah! Nein, Arthur! Ich rette dich. Auch wenn du leider gesagt hast, dass ich dich. Ich bin richtig. Nein, warte. Dann bin ich für Hilfe. Ich brauche mich für Hilfe. Ah, Arthur! Ich habe einen Appetit. Sorry. Ich habe einen Appetit. Jawohl. 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 Ich schrei auf die größten Atem. Arthur, ich bin tot. Ja, ich sehe es. Ja, wir können rausgehen. Das tut's. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, du kannst rausgehen. Ich darf rausgehen. Ja, bin ich schon. Warum habt ihr alle verlangt? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. mit dem Schoppe-Loll Nein! Oh Mann! Oh, Hals muss schon mal... Oh, Hals muss schon mal mit dem Schoppe-Loll Ja Dann wir in den Schoppeinkaufwörter halt Schmächsinnchen Jungen, Jungen Unser normaler, den ich auch mache Ich komm's aber noch mal Mir gefiel mein ganzer Account-Krank, ich verbinde ihn gar nichts Ja, dann komm's gut Ja Harte, ich hab nur noch eine Aufgabe Ja, Libere Springe auf verschiedene... Hand... Schuhe... Hand... Was? Hundespielzeug Hundespielzeug Ja, genau Wie komm ich auf Handspiel? Hallo, ich muss auch... Ich geh nach der Runde trinken, weil ich hab halt Halsschmerzen und ich muss wieder zu gehen Ja, ja, er will sich einfach nur besaufen Also in Tschechien besaufe ich mich schon ein bisschen mehr, das stimmt Schönen Whisky-Cola, ja Was für Cola? Nein Also in Tschechien trinke ich auch Bier Also in Tschechien trinke ich auch Bier Tschechien ist geil Ich komm da, ich bin halb Tscheche, halb Deutsche Meine Eltern kommen auch Tschechien auch Ich bin halb Russer Ich bin halb... Ich bin halb Afrikaner, halb Chineser Halb Chinese? Ich bin halb Afrikaner, halb Chineser, halb Deutscher Jawohl Was? Ich bin halb Russer Früher in meiner Schule, da waren immer so Leute, die gucken nur Deutsch, ne? Und sie so immer zu mir so Haarhaken überschlappen Früher kommt ich halt nicht so richtig Deutsch, ne? Mindestens kann ich zwei Sprachen gegen das Bier Das war in meiner Grundschule, also in der Grundschule hab ich immer gesagt Weil, da waren nur die Viertelklässler, wir dachten, dass die größten, keine Ahnung was, Babus, ne? Die haben nicht Angst vor denen, die Dinger Aber jetzt, wenn die am Viertelklässler gucken, huch, ähm, kleine Zwerge, ne? Aber wenn ich irgendwann mal nur ein Ketzer bin, dann denke ich, dass sechs Kletzer hier kleine Zwerge sind Aber wenn ich irgendwann mal nur ein Ketzer bin, dann denke ich, dass sechs Kletzer hier kleine Zwerge sind Aber wenn ich irgendwann mal nur ein Ketzer bin, dann denke ich, dass sechs Kletzer hier kleine Zwerge sind Ähm, so Ich bin noch, ich bin auch ungezogen Mein alte Nachbar, die waren so, ey, die waren, die hatten knack, ich schwör Da waren so halt bisschen ältere Leute, ne? Ich hab ja nicht viel älteren Leute, meine Eltern auch nicht, ne? Was passiert so, die kommen nur hin vor uns, ne? Ja, die schreien so an, ne? So, wir, wir haben, okay? Es gibt ja hier eine Linie, okay? Wir parken bei uns, okay? Ja? Wir parken bei uns, was machen die? Die sagen, wir parken da Und wir haben so wieder alles hingebauen, was? Das war genau für unsere Garage Und das hab ich nicht gecheckt Da dachte ich mir so Da steht so Adresse und alles bei mir Also halt, ähm, da steht halt Lampen von alles Und hier nennen wir Simon, Oli Simon muss die Aufgabe machen, der muss auf Hundes Spielzeug springen Also den gehen wir Oli Und Simon die Tunde Ich bin aufgefügt, alle, die ganze Straße sind auch nur Russen Halb Russen, halb Deutsche Gegen meine ganze Straße Voll geil! Weiß warum, weil, 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 ist halt da Ja, gibt's halt immer so, ähm Das ist einfach geiler, weil, wenn da nicht nur Deutsche sind Ich glaub in meiner, hier bei meinen, also hier bei meiner Straße Ich glaub da gibt's nicht mal einen, nur der Deutsche ist, nicht einmal Einen All komplett korrekt in meiner Straße Mhm Also, alles nice Woll ich auch verschieben, oder kann ich auch die selben? Ja, alle verschieben Was muss man denn machen? Kann ich ihm gleich helfen Ich muss ja alles machen Auf Hundes Spielzeug springen Aha Aufgabe fertig Ich glaub ich keine Aufgabe Ja Moin, ich hab gar, ich hab nicht mal eine gemacht Deswegen bin ich auf diesem Stufe, ich hab nicht mal eine Aufgabe gemacht Ich hab mir vorgemacht, dass ich eigentlich nur spiele und keine Aufgabe mache Ich hab mir vorgemacht, dass ich eigentlich nur spiele und keine Aufgabe mache Es ist Wannabe, er ist Wannabe Iconic Skin Ja, aber du, er ist Wannabe von Oli Dinger Der ist richtig gut, Dinger Er ist richtig gut Wegen владe hier Gewege Ich hab' Undertale Der ist richtig gut hier Ja, klein drauf ja und ja ja aber das ist nicht so viele ekligen Schwitze aus Hops genommen Eklig nicht gemacht aber eklige Schwitze ich will sowas sowas eklig und sterben leger, so wollte ich auch prachtiger die können mich mal leger aber unser Team ist auch nicht schlecht so ein Jure sie durch sie durch sie durch sie durch sie durch so ein bisschen Maschine machen wir eine Paa bei dem ich ohne dass wir eine Paa und Jure ja oh Paa 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 komm ich hab hier eine Paa hier in einem anderen Regen ich glaub ich weiß es das ist ich war es ich hab mich nicht verletzt ich habe mich nicht verletzt ich habe mich nicht verletzt ich habe mich nicht verletzt Das war's. 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 Das Moore case. Das ist eure Urentsleben. Die geputatierte Frage. Raaain Raaain Never blow the rain Raaain Raaain And it gets you down With Ahaaaai Hehehehe Feel the pain Pfft 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 Wieso lässt sich das Auto nicht mehr drehen, Mann? Warte, warte, warte! Weiß ich.... das ist jetzt scheiße. weiter, 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 weiter. Wenn du einmal auf X rückst, kommt gleich rein zum Royal Ich bin rausgestiegen, jetzt kannst du umschalten. Oder? Das hier ist geil. Nein, nee, auch das Lektorale. Ich hör die Musik aus meinem Insta, diese Schallplatten hier. Ich hör die Musik aus meinem Insta, diese Schallplatten hier. Du fährst bei mir durchs Wasser, ne? Hallo, wir können Auto fahren, ja? Je mich nicht. Aber funktioniert. Mein Schallplatten ist etwas schwer. Das ist nein, ich wollte dich auch nicht mehr raus. Ich verstehe das nicht mehr, es geht nicht mehr. Der Schallplatten hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020